Musik 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 Go is on! Ganz ohne ausgescharmtes, durchbudertes, abbrunstes Holladaro sind wir hier tatsächlich. Das sind die Räumlichkeiten der ehemaligen Musikschule in Bad Gösern. Mittlerweile gibt es eine neue. Sentimentale Erinnerungen meinerseits, da drin haben wir jahrelang mit der Band Nachtschicht den Proberaum gehabt und jetzt sind wir hier in Bad Gösern und gehen Richtung des alten Marktplatzes in Bad Gösern. Dort wird nämlich heute Abend ein Konzert stattfinden. Wir sind an der Wiege zum Wonne Monat Mai und werden uns heute ein wonnigliches Konzert vergönnen. Sie sind leider nicht dabei, weil wenn Sie das sehen, dann ist das Konzert schon vorbei, aber wir bieten Ihnen die Gelegenheit heute eine wunderbare österreichische Musikerin kennenzulernen, die im Original aus Bad Gösern stammt und heute quasi hier ein Heimspiel macht und das geschieht in einer Galeriebar, das gibt es wirklich und zwar die Galeriebar 4822. Die befindet sich nämlich genau hier da drinnen und dort wird das Konzert stattfinden, also dann da um die Ecke am alten Gröserer Marktplatz und da drinnen in der Galeriebar 4822 treffen wir unsere heutige Gesprächspartnerin der neuen Folge der Astronom Extravaganza. Folgen Sie mir wie immer, wie Sie wollen. Sie haben auch schon gesagt, Sie haben auch schon gesagt, dass wir die Ecke haben. Vielen Dank.